So, neuer Tag. Der erste Tag endet jetzt. Jetzt. Wir haben voll angeschlafen. Bis um zehn. Und wir haben gemerkt, dass es hier überhaupt gar keinen Sinn macht, um sieben Uhr aufzustehen oder um sechs, weil alles tot ist. Die machen ja alle erst um zehn Uhr auf. Kinder spielen bis halb eins nachts auf der Straße. Easy. Ganz lustig. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, was sie tun sollen, dann bitte unten mal in die Kommentare. Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Schlecht. Warum? Bin nicht so gut eingeschlafen und bin voll oft aufgewacht. Und es ist schon arg warm. Trotz Airconditioner? Ja. Fandst du nicht? Ja, die ist immer kalt. Also ich fand es gut. Mich war es passend. Bist du geschlafen? Ganz gut. Ein bisschen ungewohnt. So, Cardi oder was? Yes. At first. Oh ja, ganz süßig. Ich glaube, so viel Kram hätte ich gar nicht dabei gehabt, weil ich mein ganzer Koffer voll mit Zapfs wäre. Also erstmal hier Kaffee trinken, Supplemente nehmen und dann geht's raus. 38 Minuten Cardio machen. Wohin gehen wir zum Walmart? Plaza de Americanos oder zum Walmart einzumachen? Auf jeden Fall zum Einkaufen. Ich würde sagen, dass es uns zum Markt geht. Ich glaube, das ist cooler. Meinst du, ist das so ein richtiger Markt? Nein, aber ein Einkaufszentrum. Außerdem steht auf der To-Do, dass wir uns eine SIM-Karte besorgen und ein Fahrrad beziehungsweise zwei Fahrräder, dass wir von A nach B kommen. Wir sind extra ein bisschen weiter außerhalb gegangen. Wir sind nicht direkt auf die Fifth Avenue, wo es halt die ganze Zeit abgeht ohne Ende, sondern wie gesagt ein bisschen weiter außerhalb. Das ist erstens günstiger und zweitens können wir besser arbeiten und haben nicht die ganze Zeit so viel Action. Dennoch fahren wir mit dem Fahrrad, ich glaube, zwölf Minuten oder so Richtung Strand. Ne, länger. Ich weiß nicht. Oder zwölf Minuten zum Einkaufszentrum. Wie auch immer, wir müssen eh unsere fetten Ärsche bewegen. Also so schlimm ist es nicht. Heute haben wir aber auch nicht zu Hause gefrühstückt. Ne. Das war cool. Ne. Nein, wir sind in dieses Einkaufszentrum zu Fuß. Plaza de Americanos heißt es, glaube ich. Ne, Amerikas. Amerikas, genau. Ich werde mindestens fünf Millionen Kilo abnehmen in der Zeit. Wir laufen jetzt erstmal 40 Minuten zum Einkaufen in der Hoffnung, dass wir was zu essen finden. Aber, schaut mal. Geil, oder? 30 Grad kann man mal machen. Und vielleicht besorgen wir uns so ein Fahrrad. Das wäre ziemlich hübsch. Geiles Frühstück. Also erstmal, wenn wir beim Frühstück anfangen. Wie groß ist dieses verdammte Einkaufszentrum? Riesig. Besonders was für Leben gibt es da alles? Alles. Wobei, ganz ehrlich, ich war eigentlich nur aufs Essen konzentriert, wenn ich ehrlich bin. War ja klar. Und es gab, wie heißt das, Krusty Cream. Aber bitte schädet mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Da, wo es diese riesenfetten Donuts gibt. Und ich habe keinen gegessen. Nicht von dort. Ah, ich habe einen gegessen. Aber das seht ihr im Laufe des Videos später. Wir waren nämlich noch mal einkaufen. Wir haben gefrühstückt bei, wie heißt das? Tox? Ja, Tox. 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 Das schien dann doch eher so nobel das Ding zu sein. Deswegen war das Essen auch teurer. Wie cool ist das? Der riecht voll lecker. Riecht mal, das riecht nur Spekulatius. Mit Zuhause. Ja. Die Schafe, dass ich ihn nicht trinken kann. Also mein Essen hat richtig geil geschmeckt. Kein Scheiß. Ich hatte Omelette mit Rindfleisch. Dieser schwarzen Bohnen-Soße. Ne, nicht Soße. Schwarze Bohnen als Pampe für mich. Die ist aber so lecker, die habe ich in Deutschland auch schon gegessen. Mexiko ist bekannt dafür, dass es hier richtig, richtig geile Früchte gibt. Und Avocado natürlich. Aber, schaut mal, man kriegt zu jedem Kaffee und zu jedem Mittagessen hier so eine kleine Früchteplatte. Ananas, Melone, Melone und das andere, ich habe es vergessen, wie es heißt, dieses Dunkelorange. Da, wo jetzt mein Zeigefinger ist. Ja, keine Ahnung, aber wir probieren es jetzt mal. Wir haben hier Huevos, das ist Omelette, Rindfleisch, schwarze Bohnen und Käse, glaube ich. Und das hier ist so eine Torta mit Zwiebeln und keine Ahnung, was das ist. Sieht aber ziemlich interessant aus. Und das? Tomatos. Tomatos. Brokkolinos. Und Hevos. Omletos. Omletos. Und dann habe ich mir noch die Brötchen abgegammelt von ihr. Mit Früchten, Ananas, Papaya, Wassermelone. Schon geil. Ich würde aber fast sagen, guckt euch das genau jetzt mal an. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendeine Art Chili sein. Die essen hier alles mit Chili. Try it. Es schmeckt die Paprika. Ah, nee, jetzt wird scharf. Oh. Oh. Eins bis zehn. Ja, das ist mal richtig Frucht, ne? Ah, Papaya, genau, das habe ich gesucht. Wir hatten jetzt, du hattest Omelette mit Gemüse, einen Kaffee, Früchten. Ich hatte auch dieses Ei-Omelette mit Rindfleisch, mit schwarzen Bohnen, mit Früchten, mit den Fetten. Also es war schon ein geiler Cappuccino. Und es alles kostet jetzt drei... Ich hatte es noch Brot. Ah, und Brot, ja. Und Brötchen. Zwei so Brötchen waren das. Wir haben jetzt insgesamt, also das hier ist schon, das ist schon ein bisschen touristisch. Das ist schon High, also High Class, ist schon ein bisschen teurer. Und wir haben jetzt 370 Peso bezahlt. Das sind umgerechnet 15 Euro, 16 Euro, für beide zusammen, alles. Ja, wir sind erstmal ans Meer. Wasser hat so eine magische Wirkung auf mich, das zieht mich immer an. Guck mal, siehst du, siehst du das da vorne? Aber schön. So, wir sind am Strand rumgelaufen und danach sind wir nach was essen gegangen. Also erstmal muss ich mir schon sagen, wir haben voll so einen coolen Spot gefunden. Da saßen wir drin, war überdacht, konnte man sich trinken bestellen. Und da haben wir dann erstmal gearbeitet. Ich glaube 3-4 Stunden oder so. Alle Formchecks abgearbeitet. Was getrunken? Genau. Diet Coke. Und genau so wie ich mir das in Mexiko vorgestellt. Arbeiten erstmal von hier. Schon geil. Jetzt machen wir erstmal ein paar Formchecks. Heute ist nämlich Sonntag. Ich habe 167 offene Telegram Nachrichten. Fun times. Zum 112.000 Mal. Oder, wie sagt man hier, Cola Sinzucre? Sinzucre, ohne Zucker. Learnings. Ja Mann, aber keiner sagt das, nur wir. Die sagen alle Diet Coke. Nein, ich war voll stolz, dass ich das Wort gelernt habe. Ich glaube, wir haben unser Fortbewegungsmittel Nummer 1 gefunden. Und zwar... Hier. Oder wir mieten uns einen Roller. Jetzt sind beide. Fahrer. Ich glaube, Fahrer ist besser, weil Madame ist auf Diät. Also bin ich auch auf Diät. Und Mittagessen. Oh ja, Mittagessen. Da ist mir was Lustiges passiert. Seht ihr gleich. Schmeckt? Mein Papa hat immer gesagt, alles was rot ist, soll ich nicht essen in Mexiko. Oh oh oh. Daddy hatte recht. Ah, da habe ich mich so richtig schön versaut. Ich habe einen Spitznamen gekriegt heute direkt. Der hieß Taco. Mike de Taco. Und zwar günstig. Es war einfach geil. Man hat so einen Blick auf den Strand gehabt. So ein bisschen. Aufs Meer. Die... Wie heißt es? Meeresbrise. Leute beobachten. Gutes Essen essen. Was hast du gegessen? Oh, gracias. Bojo. Bojo avec de... Comandos. Was heißt Gurke? Gurke. Gurkos. Gurkos. Der ist Gurkos. Ich habe Salat mit Hähnchen gegessen. Ich habe auch Salat mit Rindfleisch gegessen und eine Kartoffel. Und wir hatten diese coolen Nacho Chips. Tortilla Chips. Stimmt. Die der Leibbach abgeräumt hat, ohne dass du fertig warst. Ich war gar nicht fertig. Ich habe so voll genossen. So ab und zu mal so eins. Währenddessen so ein paar Nachrichten beantwortet und so. Man hatte übrigens fast überall WLAN. Das ist ziemlich geil. Also ich bin wirklich, wirklich happy. Wir haben jetzt gegessen. Ich hatte ein Steak. Ich hatte einen Salat. Wir hatten Tortilla Chips. Eine Coke. Wasser. Sie hatte einen Hähnchensalat. Was gab es noch? Coke. Wasser. Und es hat alles zusammen gekostet. 724 Peso. Das sind, keine Ahnung. 35 Euro ungefähr. Und wir haben hier Internet gehabt. Wir konnten hier arbeiten. Es war alles wirklich tipptopp. Normalerweise, ich würde sagen, das braucht man normalerweise, wenn man alleine irgendwo ist für ein Steak mit Getränk. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, ich glaube, so ein Steak kostet schon mal 30 Euro, 40 Euro. Plus trinken. Und dann hatten wir noch Salat. Also, Mexiko essen. Geil. Wir wohnen hier ein bisschen außerhalb. So eine halbe Stunde ungefähr. Von dieser Fifth Avenue. Hier ist ein bisschen ruhiger. Hier ist auch nicht so nobel. Und nicht so teuer, übrigens. Das heißt, wir bewegen uns meistens morgens in Richtung Strand. Da arbeiten wir da. Auf dem Weg dahin vielleicht ins Gym. Oder vom Weg nach Hause übers Gym. Das liegt alles so auf einem Weg. Ist ganz geil. Fahrräder. Ja, das war aufregend. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, wir haben uns jetzt hier zwei Fahrräder gemietet. Und meine Freundin war so aufmerksam. Und hat nicht gesehen, dass man die nur 30 Minuten mieten kann, leider. Das heißt, wir fahren jetzt zum Einkaufszentrum, um mit den Fahrrädern einkaufen zu gehen. Und ab dann werden wir sie nicht mehr benutzen können. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ehh, aufreiben vielleicht. Ha, 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 ha. Oder ein Aufreiben vielleicht. Ha, ha, ha. Also wir haben uns erstmal ganz stolz, dass wir so'n, ja, so'n Spot gefunden haben, wo du Fahrräder ausleihen kannst mit so einer App und du musst erst mal Kreditkarte eintragen und alles. Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, in vielen großen Städten. Alter, wenn du eine Strafe kriegen, wegen dieser scheiß Aktion vorgehen. In Hamburg gibt es das auch. Ich habe es nie genutzt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir uns da Fahrräder ausgeliehen und sind dann mit den Fahrrädern einkaufen gefahren. Was hast du da? Elektrolyte ohne Zucker, Uva, ich glaube, es heißt Blaubeere, aber eigentlich heißt es Traube. Dann haben wir Litchi Aloe Vera, Favorite Kokos. Was brauchen wir alles, Schatz? Wir brauchen Hähnchen, Fisch, Gemüse, Eier, Huerbos. Hier gibt es Huerbos übrigens im Tetra Pak. Einer von einem Milliarden Gründen, wieso man in Mexiko geiler einkaufen kann, wie in Deutschland. Grund Nummer zwei von den Milliarden ist das hier alles. Das ist ein ganz normale Supermarkt. Ich bin leider zu klein. Oh, was wir nicht vergessen dürfen, Plastikos, Me-Prep-Boxen. Yes. Da gibt es ein Schild, das ist Kokina, das ist nicht für Kokain, sondern zum Kochen. Was machst du da? Ich muss dran riechen. Was machst du? Dran riechen. Riechen? Ja. Du bist so ein komischer Mensch, ne? Es gibt in Mexiko tatsächlich eine einzige Sache, die ist wirklich gefährlich und das ist Diät in Mexiko. Das ist ziemlich, ziemlich beschissen. Schaut mal hinter mir, das ist alles Bakery, Donuts, Muffins. Ey, I'm so sorry. Vielleicht was nicht angekammelt ist. Er ist in heaven. Was hast du da? Lucky Charms. Boom. Aber Diabetes lassen wir hier. Aber da gibt es auch für keinen Spaß. Der ganze Gang ist doppelseitig voll mit geilem Scheiß. Ist die krass, gibt es die? Natürlich nicht. Und genau nachdem ist unser Rice Cream gemacht worden. Wir haben jetzt eine Waage gefunden für 2,50. Und jetzt macht sie einen Aufriss, weil sie keinen in Rot kriegt. Ja, wie viele Typen hattest du? Zwei? Zwei große Typen? Ja, ich hatte einen auf meinem Gepäckträger vorne und am Lenker hing einer. Ich hatte nur eine, weil ich bin das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit auf einem richtigen Fahrrad gefahren und entsprechend war das Ganze etwas wackelig. Ich war schon auch wieder ein Arsch, ne? Ja, schon. Ich dachte mir so, was, wo bleibt die denn? Warum fährt die so langsam? Warum fährt die so langsam? Ich sag mal, kann die kein Fahrrad fahren? Und dann macht es Klick. Ich so, oh, warte, die hat doch irgendwas gesagt in den letzten Tagen, dass sie die letzten Jahre gar nicht auf dem Fahrrad saß. Also zumindest nicht auf dem echten. Also schon, aber? Auf dem Kardio-Gerät ja, aber nicht auf dem richtigen Fahrrad. War jeden Tag ungefähr so zwölf Kilometer, aber auf keinem richtigen Fahrrad. Nicht in real life. Ja, bis ich dann geschnallt habe, dass sie gar kein richtig, also, dass sie schon lange kein Fahrrad mehr gefahren ist. Ja, war der Tag schon fast vorbei. Ja, kurz bevor wir die Brüder abgegeben haben. Ach, diese... Ach, sag mal, war da nicht was? Ja, ach. Ey, da gibt es so eine bestimmte Area, wo man diese Fahrräder benutzen darf und das wussten wir nicht, weil unser Spanisch ist ja hervorragend. Und dann sagt die Vermieterin, ja, wenn ihr die nicht zurückbringt, musst du irgendwie 18.000 Peso Strafe zahlen. Das heißt, wir haben eingekauft, weil wir natürlich kein Auto oder ein Taxi wollten oder so, oder einen Roller, haben wir das auf die Fahrräder geschnallt. Also wir reden hier von so riesen Tüten. Ich hatte vorne eins drauf, am Lenker hing so eine Tüte. Mit der rechten Hand habe ich mein Handy versucht, irgendwie nach Hause zu navigieren. Sie hat sowieso kein... Sie kann kein Fahrrad fahren. Hat dann so eine Tüte... Ich kann sehr wohl Fahrrad fahren. Ja, nach heute auf jeden Fall. Vorne, dass ich so eine Tüte drauf... Lustig. So, und dann haben wir das Ding hier abgestellt. Sie hat die Tüten reingebracht. Ich bin nochmal losgefahren in so ein Oxo, um so ein 20 Liter Kanister Wasser zu besorgen. Was ich nie wieder mache auf diesem Fahrrad. Das war die Hölle. Weil du kannst dich mehr lenken. Schade, das hätte ich voll gerne gesehen. Dann komme ich hier an. Und da zog er, hat voll Hunger. Erst zwei Mahlzeiten gegessen. Irgendwie 18.000 Schritte. Keine Ahnung, 13 Kilometer Fahrrad gefahren. Hölle. Und dann sagt sie, ja, wir müssen die Fahrräder zurückbringen. Sie war so, ey. Nein. No joke. Wir sind dann zurückgefahren. Das war wieder, was weiß ich, zwölf Minuten oder was? Ja. Ich glaube zweieinhalb, drei Kilometer. Ja, also nochmal drei Kilometer. Dann haben wir die Fahrräder da abgegeben. Und dann kamen wir, bin ich mir zurück. So, Akkuwechsel. Wo habe ich den geblieben, Schatz? Ach, der Typ, der dich am Supermarkt getroffen hat. Ja, der zuckt mit so einem T-Shirt drum und sagt, wo hast du das T-Shirt? Und ich wusste nicht genau, wie die Instagram-Seite heißt. Rapwear-Fitness, glaube ich. Um Werbung zu machen. Wisst ihr Bescheid? In der Beschreibung, falls ihr die Sachen cool findet und so. Mike 10. Da bin ich auf meinem Profil, dann auf diese Rapwear-Seite. Und dann klickt er zurück und sagt, ach krass, den Typ kenne ich. Und dann sage ich, ja, ich auch. Ich bin das. Sag der, ach was, weil ich hatte die Maske auf und so. Und dann war das ganz zufälligerweise, folgte mir auf Instagram schon. Und haben mir ein bisschen gequatscht. Und dann kam seine Freundin und dann, so haben wir uns verabredet jetzt für morgen fürs Training übrigens. Sie würde sehr gerne mit dir trainieren, falls du trainierst. Und dann haben wir so über Fitnessstudios gesprochen, wo er so trainiert. Und er trainiert in diesem Evolve. Wir waren heute auch noch in einem Fitnessstudio, Schatz. Und schon ist sie wieder weg. Achtung, was hat sie entdeckt? Ah, natürlich. Händes Büro. Den Partyraum. Nee, wir haben jetzt gerade mal ein Fitnessstudio entdeckt. Stimmt, Smart Fitness oder Fitness Smart. Smart Fit. SOS Button. Ja, falls jemand mal nicht rafft, wie das funktioniert. Übrigens sollte man das auch in Deutschland einführen. Aber die Geräte sind geil. Das sind alles Live-Fitnessgeräte. Und weißt du, was das Coolste ist? Was? Da funktionieren die Dropsticks. Smart Fit. Irgendwie so war es auf jeden Fall aus wie Mac Fit auf Mexikanisch. Nein, das war schon cooler. Aber von den Farben her? Ja, es war gelb-schwarz. Aber die Mac Fit Geräte sind, glaube ich, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Mal mein Leben in der Mac Fit trainiert. Aber das waren alles Live-Fitnessgeräte und die waren ziemlich geil. Ja, wird es wahrscheinlich aber nicht, weil man braucht so eine mexikanische super Agentennummer, um dann den Vertrag abzuschließen. Genau. Bei dem Evolve glaube ich nicht. Zumindest der Typ, der mich angequasselt hat, der trainiert dort und der ist auch kein Mexikaner, obwohl er sehr gut Spanisch spricht. Ja, aber bestimmt wegen der Freundin. Ich glaube, sie ist, sie kommt von hier, oder? Ich glaube, nee, sie kommt aus Holland. Aber es sieht mexikanisch aus. Die war blond, du Frosch. Oh, war das nicht die, mit denen wir zum Schluss gesprochen haben? Doch, die uns Hautspot gegeben hat. Aber die war doch nicht blond. Die war sowas von blond. Kirstl heißt die. Kirstl. Also sie heißt nicht La Cuenta irgendwas. Nee, La Cuenta ist Rechnung. Ich habe ganz viele lustige Früchte gegessen heute. Oh Mann. Als wir vom Einkaufen gekommen sind, hatten wir natürlich kein Internet. Wir hatten kein Wi-Fi, also konnten wir die Fahrräder nicht mehr entsperren. Da habe ich erst mal kurz so einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Dann wollten wir ins Einkaufszentrum reinlaufen mit den Fahrrädern zu McDonalds, weil es da Free Wi-Fi gibt. Das Einzige, was verrücklich funktioniert hat in diesem Laden. Ja, auf jeden Fall, die Fahrräder waren dann so schwer, dass sie dann auch gesagt hat, das ist total blöd. Und dann kamen die gerade um die Ecke zufällig wieder, voll cool. Ah, der Typ heißt Günther übrigens. Wenn ihr den Morgen seht in dem Vlog, werdet ihr lachen, dass der Günther heißt, weil er sieht ungefähr aus wie ein... ...Rosé. Rosé, ja. So irgendwas. Also typisch Mexikan. Wir nennen ihn einfach so. Hey Rosé. Hä, wen? Ich heiße Günther. Nein, tust du nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, falls euch das gefallen hat, wisst ihr Bescheid, mach mal einen Daumen nach oben. Adios. Ciao. 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 Verabschiedungen sind voll, mein Ding, das kann ich richtig gut. Ich hab's gemerkt. Richtig sympathisch. Danke. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax. Dein Partner für Fitness Essentials. Climax.